Oh, hallo! Eine Frage hätte ich. Was geht da nicht im Kopf von diesem Gunnar Kaiser vor? Gut, das weiß man, wenn man sich seine YouTube-Videos anschaut, aber was zum Teufel hatte er hier auf diesem Berg verloren? Ich stehe jetzt hier auf dem Texas Pass im schönen Kaiserstuhl und hier in der Nähe muss auch dieser Gunnar Kaiser gestanden haben, als er mindestens zwei seiner Videos abgedreht hat. An diesem Ort war es dann erstmal nicht mehr so schön, denn er hat absurde Behauptungen zu Sachverhalten und Maßnahmen in der aktuellen Corona-Pandemie abgegeben. Doch wahrheitsgetreu zu informieren ist sowieso nicht sein Ziel. Er schafft es mit gut kalkulierten Unwahrheiten und dreisten Lügen Misstrauen zu schüren und natürlich auch Geld zu verdienen. Das ist aber auf jeden Fall auch eine Leistung. Meine Sorge war allerdings, dass seine Verschwörungsfantasien sich auf diese Umgebung hier abfärben. Also dass Gunnar Kaiser sozusagen eine Spur der verschwörungstheoretischen Verseuchung hier hinterlassen hat. Und das wäre wirklich sehr schade. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich komme hier öfters zum Joggen und zum Radfahren vorbei. Also das ist quasi mein Berg. Und meine Angst war wirklich groß, dass ich hier vielleicht nie wieder entspannt herkommen kann, um die Natur zu genießen. Also habe ich mich hier umgeschaut. Ich habe die Gegend untersucht und ich bin doch sehr überrascht. Ich kann weder visuell noch olfaktorisch oder auditiv, also in Form eines Echos, irgendwelche Rückstände von Gunnar Kaisers Geschwurbel wahrnehmen. Also ich sehe nichts, ich rieche nichts, ich höre nichts mehr von ihm. Und ich kann damit schlussendlich feststellen, Gunnar Kaiser ist von diesem Ort gänzlich verschwunden. Das finde ich fantastisch. Das freut mich wirklich sehr. Und ich behaupte jetzt einfach auch mal, dass es den Kaiserstuhl selbst auch sehr freut. Das kann ich zwar nicht beweisen. Ich kann ihn nicht fragen, denn der Kaiserstuhl ist stumm. Doch schließlich kann Gunnar Kaiser seine Behauptungen auch nicht beweisen. Wichtig zu sagen ist mir noch, dass Gunnar Kaiser nichts, aber auch gar nichts mit dem Kaiserstuhl zu tun hat. Das behaupte ich jetzt auch einfach mal so. Und ich hoffe, er kommt hierher auch nicht mehr zurück. Soll er doch in Köln irgendeine Landschaft mit seinem unqualifizierten Geschwätz maltretieren?